Das war's für diese Woche, die zweite Ausgabe von Thomas-Auber-Eistiger-Starsen-Magazin in der 11. Staffel. Und Pucki, das beste Maskottchen der deutschen Eishockey-Liga, das Maskottchen der Eistigers. Ist auch schon bereit für die neue Saison. Wir freuen uns mächtig natürlich. Am nächsten Montag gibt's dann Bilder aus dem Trainingslager der Eistigers aus Österreich, aus Linz. Das alles dann am kommenden Montag zum schnellsten und coolsten Mannschaftssport der Welt. Und nicht vergessen, immer früh bleiben. Und nicht vergessen, immer früh bleiben.